Ich zeige dir heute zehn wichtige Zoom-Befehle in Logic Pro, die dir dabei helfen, schneller durch dein Projekt zu navigieren. Warum sollte man schnell durch sein Projekt navigieren können? Hauptsächlich ist das deswegen so, dass im professionellen Bereich zumindest Geld Zeit ist. Das heißt, du musst zügig deine Arbeit fertig bekommen. Und zweitens, und das ist natürlich viel wichtiger, der zweite Aspekt, unsere Ohren ermüden schnell. Das heißt, wir sollten so gewissenhaft wie nötig, aber so schnell wie möglich durch unsere DAW navigieren können. Und zwar nicht nur durch Logic Pro, sondern durch jede DAW, egal mit welcher du arbeitest. Also fangen wir gleich an mit Zoom-Befehl Nummer 1. Das sind bei uns in Logic Pro die guten alten Schieberegler. Ich weiß nicht, ob jemand damit tatsächlich noch arbeitet, aber der Vollständigkeit halber möchte ich es erklären. Du kannst hier in die Breite und in die Weite, naja, in die Breite und in die Höhe hier mit diesen Schiebereglern gehen. Allerdings empfehle ich das nicht, weil du hier immer die Maus benutzen musst und es sehr viel effektivere Befehle gibt, wie du gleich sehen wirst. Zoom-Befehl Nummer 2. Der Auto-Zoom. Ihn benutze ich super gerne, wenn ich am Anfang eines Projektes stehe und mir hier die Spuren genauer anschauen möchte. Du kannst ja natürlich hier die Spuren einzeln hier so aufziehen, aber das ist ja ultra anstrengend. Und hier, jetzt möchte ich an der Spur arbeiten, jetzt muss ich hier wieder aufziehen. Das ist natürlich nicht so toll und deswegen benutzen wir den Auto-Zoom und zwar über den Tastaturkurzbefehl. Ich drücke also Ctrl-Z und jetzt habe ich hier diese Spur automatisch aufgezogen. Das ist jetzt zunächst mal noch nichts Besonderes, aber du siehst, wenn ich jetzt über die Pfeiltasten hier runterscrolle, dann ist immer die Spur, die aktiv ist groß. Das heißt, ich kann hier schön reinschauen, was passiert da, wo spielt die Spur zum Beispiel, hier könnte ich jetzt was rauslöschen und so weiter. Deswegen liebe ich diesen Befehl wahnsinnig zum Editieren. Wenn du ihn wieder rückgängig machen möchtest, drückst du einfach wieder Ctrl-Zoom und dann hast du wieder hier dein normales Zoom-Level. Zoom-Befehl Nummer 3. Okay, alle Spuren schnell wieder gleich groß machen. Auch der ist fürs Editing sehr, sehr gut, aber auch zum Produzieren. Du siehst, hier ist ein totales Zoom-Chaos, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe hier winzig kleine Spuren, weil ich hier gearbeitet habe. Hier sind die Spuren ganz groß gezogen, hier wieder klein, hier mittelgroß. Jetzt könnte ich natürlich hier anfangen, irgendwie versuchen, alles wieder auf die gleiche Größe zu schieben, aber das ist viel zu umständlich. Und deswegen gibt es auch hier einen ganz einfachen Befehl dafür. Und der ist, wenn du hier zwischen zwei Spuren klickst und dann die Shift-Taste gedrückt hältst und dann zwischen diese beiden Spuren klickst, pass auf, zack, so hast du wieder alle Spuren auf der gleichen Größe. Kommen wir jetzt zum Zoom-Befehl, nachdem mich am meisten gefragt wird, weil ich ihn sehr oft in meinen YouTube-Tutorials benutze. Ich nenne ihn mal den Super-Zoom. Für den Super-Zoom hältst du einfach Ctrl- und Option-Taste gedrückt. Konzentriere dich mal hier auf meinen Mauszeiger und wenn ich jetzt hier Ctrl- und Option gedrückt halte, dann siehst du, dass er zu einer Lupe wird. Und jetzt kann ich einfach hier zum Beispiel einen bestimmten Bereich reingehen und größer ziehen und zack, bin ich sofort hier im Super-Zoom drin. Ich kann das Spiel jetzt hier natürlich noch weiter treiben. Ich möchte jetzt zum Beispiel hier ganz genau rein. Ich drücke wieder Option-Control und gehe jetzt hier ganz genau rein. Und so kannst du das natürlich immer weitermachen. Besonders geeignet dafür, wenn man wie bei YouTube-Videos jetzt hier zum Beispiel was zeigen möchte. Oder du möchtest einen Audio-Bereich oder eine Audio-Welle dir sehr genau anschauen. Zurück kommst du wieder, wenn du in einen leeren Bereich des Arrangierfensters drückst. Und zwar auch mit Ctrl-Option. Der Gag dabei ist, dass du immer einen Schritt, so wie du rausgesoomt hast oder reingezoomt hast, auch wieder raussoomen kannst. Siehst du, so geht das jetzt stückweise. Jetzt kann ich das Spiel wieder von vorne beginnen. Wieder in den leeren Bereich drücken. Ctrl-Alt. Klicken. Klicken. Und fertig. Ein genialer Befehl. Zoom-Befehl Nummer 5, den ich dir zeigen möchte, ist so ähnlich. Und zwar kann ich jetzt hier wieder mit einem Super-Zoom rein und klicke jetzt hier in einen leeren Bereich des Fensters und komme hier, wenn ich jetzt Z drücke, auch wieder zurück, um die Vollansicht anzumachen. Ich gehe hier wieder rein über Super-Zoom, klicke in einen leeren Bereich des Arrangement-Fensters, drücke Z und habe wieder meinen vollen Bereich, meinen vollen Spur-Bereich angezeigt. Zoom-Befehl Nummer 6, Regionen zoomen. Du kannst auch einzelne Regionen rauszoomen, an denen du arbeiten möchtest, indem du sie einfach anwählst und auch wieder Z drückst. Um wieder zurückzukommen zur Hauptansicht, drückst du einfach wieder Z und bist dann wieder draußen. Natürlich geht das auch mit mehreren Regionen. Ich möchte jetzt zum Beispiel diesen Bereich hier reinzoomen, drücke ich wieder Z, habe diesen Bereich angezeigt, drücke nochmals Z und bin wieder zurück bei der Gesamtansicht. Zoom-Befehl Nummer 7, auch den zeige ich dir nur zur Vollständigkeit halber und zwar kannst du das hier über den Werkzeugkoffer machen, denn auch hier hast du ein Zoom-Werkzeug, das ist hier und hier kannst du jetzt auch reinzoomen, ich habe das hier als Rechtsklick-Werkzeug und dann verändert sich das. Ich brauche es eigentlich nie, es kommt aber natürlich immer auf deine Arbeitsweise an. Vielleicht möchtest du viel zoomen und möchtest dir das hier als Rechtsklick-Werkzeug angelegt haben, dann kann es natürlich nützlich sein, wenn ich jetzt hier reingehe, ich habe es wieder als Rechtsklick-Werkzeug, ziehe hier auf und dann habe ich hier sofort meine Vergrößerung. Je nachdem, wie deine Arbeitsweise ist, kann auch das Werkzeugkasten oder die Werkzeugkasten-Lupe hier für dich von Nutzen sein. Übrigens, falls dir Tipps bis hierher gefallen haben und du bist vielleicht neu bei Logic oder gerade erst von einer anderen DRW auf Logic umgestiegen und möchtest mehr solcher Hacks wissen, dann empfehle ich dir meine Logic-Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir nochmal zehn weitere Tipps, wie du deinen Workflow in Logic Pro massiv beschleunigen kannst. Das ist ein PDF, das habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt, da kannst du dir das runterladen, das hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen. Also unbedingt empfehlenswert, Logic-Workflow-Checkliste unten im ersten Kommentar runterladen. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Zoom-Befehl und das ist der Wellenform-Button. Den kennen relativ wenige und du findest ihn hier oben. Ich habe ihn jetzt gerade aktiviert, ich deaktiviere nochmal und du siehst jetzt, wenn du dich mal ein bisschen drauf konzentrierst, auf die einzelnen Regionen hier, dass man relativ wenig Wellenformen sieht von den Spuren und ich sehe jetzt natürlich nicht so wirklich, wann spielt eigentlich welches Instrument für den Fall, dass ich das wissen möchte. Deswegen aktiviere ich ihn jetzt und jetzt sieht man schon mehr. Wenn du jetzt gedrückt hältst diesen Button, dann hast du noch einen Slider und du siehst es, ich kann die Wellenformen größer und kleiner ziehen. Das ist sehr nützlich, um zum Beispiel eine bessere Übersicht zu bekommen, wann was spielt. Wichtig zu wissen hierbei allerdings ist, dass der Wellenform-Button keinen Einfluss auf das Volume oder auf das Gain hat. Das heißt, die Spuren werden hier nicht lauter, die du hier aufziehst, sondern einfach nur ist für die bessere Übersicht die Wellenformen größer und kleiner. Kommen wir zu Tipp Nummer 9 und der funktioniert nur, wenn du stolzer Besitzer einer Magic-Maus bist. Und zwar musst du dafür hier einfach die Option-Taste gedrückt halten und dann mit deiner Magic-Maus, beziehungsweise mit deinem Finger über die Magic-Maus streichen. Entweder vertikal oder eben horizontal und kannst hier sehr schnell sehr verschiedene und unterschiedliche Zoom-Einstellungen finden. Das benutze ich auch recht oft, diesen Befehl. Wenn du keine Magic-Maus besitzt oder nicht so gern mit den Streichgesten hier arbeitest, dann hilft dir Tipp Nummer 10. Und du kannst das auch mit Shortcut machen und zwar einfach über Command und die Pfeiltasten. Da erreichst du genau das Gleiche. Wenn ich jetzt hier Command gedrückt halte und die Pfeiltasten hier eingebe, links oder rechts, hoch oder runter, auch dann erreiche ich unterschiedliche Zoom-Befehle. Jetzt der Übersichtshalber nochmal reinklicken, Z machen und wir haben wieder die komplette Übersicht. Jetzt mal Hand aufs Herz. Hast du alle Befehle gekannt? Hast du die alle benutzt? Oder mit welchen Befehlen arbeitest du? Was ist dein Lieblings-Zoom-Befehl? Schreib mir das mal bitte unten in die Kommentare. Falls dieses Video hilfreich für dich war und du möchtest dir weitere Logic-Tutorials von mir anschauen, dann empfehle ich dir diese Playlist. Inzwischen glaube ich über 170 Logic-Tutorials mit viel Wissen über diese DAW. Da ist bestimmt auch einiges für dich dabei. Schau sie dir an. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für dich fürs Zuschauen. Schick dir viele Grüße aus Alicante. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!